recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter wir sind in folge 45 von oxygen not included haben letztes mal geguckt dass ein puffletter nicht hochfliegen kann weiß gar nicht ob die tür jetzt schon gebaut ist oder nicht wir haben hier oben den dampfschlot den haben auch uns angeguckt das ist vielleicht eine alternative für uns an wasser zu kommen das müssen wir alles nach dem intro mal gucken ich würde sagen bis gleich so stink über letztes mal der einzige wach war das ding hier das auch abgebaut denn müssen wir schnell die tür da einbauen einbauen natürlich muss die tür auch gerade mal in den neuen rein ich hoffe das klappt noch ja das klappt so gut wo ist der puffle denn jetzt ich glaube hier unten ist da reingeflogen wollen wir den namen der sollte ja nach oben oder sollte er nicht nach oben ich weiß es gar nicht mehr der sollte hier bleiben ich weiß nicht okay jetzt ist er da doof ist es da unten das machte uns jetzt auch nicht wirklich weiter also hier müssen sie beide weg das ist definitiv fakt okay schon weiter das wasser ist hier schon mal gefallen das ist schon mal gut dann könnten wir eigentlich schauen dass wir hier mal das richtig so rüber bauen kommen die dahin ja die kommen nur da wird es dann knapp mit dem bauen das müsste man dann schauen dass man das abbaut im prinzip kann das allerdings auch abgerissen werden das war nicht mehr okay das ist hier schön hier geht es runter mit maske wird da was eingelagert der läuft das ist auch gut ja was wir auf jeden fall machen sollten wir sollten mal gucken dass wir auch mit unseren leuten ein bisschen weitergehen und mehr entdecken hier müssen wir auch noch mehr abbauen haben wir dann eigentlich einen hauptschachter her den bauen wir gerade hier nach dem matcher den müssen wir dann umstellen dann kannst du dann zerlegen und kannst den einstellungen übertragen und er achso den wollen wir da einbauen so war das brauchen dafür aber noch eine leitung strom ist da und da und geht noch da der kommt jetzt weg so dann können wir dort weiter bauen so das stromkabel können wir da gerade mal anpacken damit das auch weg kommt das muss da nicht sein kannst du zerlegen kannst du zerlegen irgendwie haben wir da eine leitung strom zerlegt glaube ich war vielleicht nicht ganz das richtige was wir da zerlegt hat den ziel können wir auch zerlegen so dann die rutsche stange einmal bitte durchziehen so dort geht schon besser das sieht auch nicht schlecht aus jetzt müssten wir hier weiter arbeiten aber das geht da nicht also hier können wir nichts umstellen bleibt so können wir da nicht weiter rutschen ist aber nicht schlimm ist da schon ein ganzes ende rein hier ist der strom aus was ist denn hier falsch keine stromkabel verbunden ok wo fehlen die stromkabel bitteschön dann also wir haben einen eingang und keinen ausgang so oder weiß nicht was da schief gelaufen ist keine ahnung aber erstmal läuft ja die schleuse ist schon da das schon mal gut jetzt ist das kalt dampf schlott oder weiß dampf schlott das wissen wir auch nicht ja wie würden wir mal vielleicht hier weiter graben auch wollen hier haben auch angefangen großen schacht bauen wollen aber ist auch nicht immer vielleicht sollten wir hier mal weiter bauen da würde ich erstmal sagen wollen wir noch eine zweite band hin die dann da komplett durchgehen wird also warte mal das letzte war jetzt hier verkehrt so das machen wir erstmal so und hier können wir auch abbrechen gerade das passt ja auch nicht hier ist ok machen wir so und hier geht es dann weiter hoch mit dem weg und hier können wir schon mal die leiter hoch ziehen ja jetzt ziehen wir die leiter aber da ist es ist vakuum ok das nicht schlimm dann würde ich schon sagen da kann man schon mal eine schleuse in bauen die ist dann da das passt so weit okay dass die schon so schnell das hingebaut haben wir nicht gedacht da können wir auf jeden fall auch eine tür setzen das passt dann auch schon mal ja müssen wir gucken aber hier ist irgendwo ein geräusch als ob hier noch irgendwo ein schlott steht das ist kohle wie war das hier wenn man ja die dinge ins europa heraus holt material overlay dann kann man das sehen oder da ist so ein graues hier aber hier sehe ich es nicht da müssen die erst weiter basteln wahrscheinlich naja jetzt mal das magmatik okay ja hier geht's höher der ist da das ist auch gut so da ist auch eine schleuse jetzt schon mal das ist auch gut hier bauen wir definitiv jetzt eine rutschstange erstmal hin und hier kann ja auch schon stück hin dann sind die schon mal schneller unterwegs was haben wir denn hier noch alles liegen sandstein hat kein lager mehr wir müssen auch noch ein bisschen aufräumen hier können wir mal ein bisschen kupfer machen da war es passt erstmal hier geht es auch nicht weiter da wurde der sauerstoff eingeführt der da eigentlich gar nicht mehr nötig ist und wir sind ja hier eigentlich mit maske unterwegs ja hier ist der baum da hatte der mordrack glaube geschrieben holzverbrennung macht ganz viel co2 das ist ganz schlechte wahl und den zerlegen wir jetzt weil da unten brauchen wir das dann nicht oxy fahren da funktioniert jetzt hier sogar okay ich dachte hier wäre es zu warm hier wird sauerstoff erzeugt okay dann müssten wir das hochpumpen da müssen wir drüber nachdenken hier müssten wir mal was aufmachen und gucken was da passiert wenn man da drei leute hinstellt und da mal chlorgas rot okay was liegt hier sandstein wenn er nur diese lagerreihe hier ist ein ei okay das hat der mordrack auch geschrieben auch ohne strom wird gebrütet das funktioniert also auch hier ist schon fertig geworden das bedeutet jetzt legen abbrechen aber doof zerlegen da das kann weg hier haben wir auch eine pumpe hier ist das bleichstein drin oder was war das ja und oxylet ist da auch dran ne da müssen wir nur aufpassen dass der immer schön unter wasser bleibt ne das bedeutet doch dass wir hier mal das so handhaben müssten oder oder das 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 mal schwierig mach mal zwei Kästchen bereit so mach ich's mal und da machen wir dann tatsächlich auch noch was hin jetzt wird er natürlich gearbeitet ist klar sehr schön was fehlt hier kein samen verfügbar okay hier wird der kompost gemacht auch gut haben wir hier denn was zu machen medizinpack kann ich die dann produzieren sieht wohl so aus dann machen wir mal zwei davon hier wird jetzt schön gearbeitet hier ist schleim da ist bestimmt auch kontaminiert oder das ist auch nicht so toll und schlange wir denken zum anderen hier 42.000 essen mich rutschstange wer ist das ding schmutzwurzel gar nicht ist ein fingerrutschilf haben wir ok was haben wir denn hier noch an metallblock ok da ist noch mehr da unten ist noch was ein leinwand ok da kann man malen sehr schön kann ich sanitär und die pumpe schon tiefer setzen geht nicht da könnte ich sie hin bauen das geht auch nicht da muss es erst noch ein bisschen tiefer gepumpt werden passt was passt denn hier nicht passt doch alles das wasser läuft schon daher ich dachte es wird nicht gehen aber es kommt gerade doch da kommt wurde gerade gefiltert schmutzige wasser kommt da rein es passt alles duschanlage ist in ordnung warte mal hier haben wir irgendwas abgebaut also schmutzige wasser kommt von da ok was haben wir hier die geste macht doch schmutziges wasser oder blockiert ok da müssen wir die leitung mal gerade noch reparieren denke ich mal leitung ja schauen wir gerade mal hier rein Fertigkeiten müssen wir gleich auch noch machen gucken aber erst hier ein hilfspatät, ein Hedgling wir haben 42.000 essen gerade gehabt oder es sind sogar 43 ne den nehmen wir nicht wenn gesenkt furzt häufig maschinen gesenkt dieser wäre schon mal machbar wegen tierzucht gesenkt und wissenschaft gesenkt wäre das nicht schlimm er hat graben und medizin beginn mit einer stufe 1 fähigkeit was hat er hier unten? Fressattacken ist auch nicht so doll er isst alles auf äh nee sollen wir doch den Hedgling nehmen komm die tun uns nichts äh achso die Fähigkeiten wollten wir noch angucken da ist nur einer Schutzanzugstraining gibt es da dann machen wir das mal ok erledigt die beiden die müsste ich da mal weg haben ne? oh da ist was im Weg das müssen wir wegräumen wie weit sind wir hier? ok nicht ganz so viel aber ein Stück schon weiter hier müsste verschmutzter Sauerstoff rein ne? das heißt dieses hier müsste eigentlich von denen bewohnt werden ne? aber die kriegst du da jetzt nicht mehr hin ah hier sind noch ein paar Lager sehe ich gerade ah hier ist auch ganz viel aber hier ist halb so wild weil wir hier durch die Dingens durchgehen die Schleuse und so frankie ist klatschnass veredelt kupfer ok kontakt malation aktion keim müssen wir diese Schleuse hier noch haben? gute Frage ne? weiß ich nicht lassen wir erstmal hier können wir noch ein bisschen was ab wie viele Algen haben wir denn? oh nicht mehr ganz viel da müssen wir was tun und die Oxid ist nicht schlimm aber die Algen holen wir da weg ja hier ist jetzt der Oxifarm doch nicht am wachsen Körpertemperatur eben passt es noch jetzt nicht mehr ah das Becken wird fertig gemacht sollte das eigentlich klappen dass das Wasser hier in dem Teil drinnen bleibt ah äh ja hier wird gebaut aber hier leider nicht oh der ist geschlüpft lässt den da auch einer raus wollen wir mal hoffen ne? Kühlschrank läuft so weit ist alles gut warte mal ist das hier am laufen ne? genau unser Algen distritte lief gerade aber da fehlt immer Strom oh wir haben hier oben noch ganz viel gebaut ne? achso achso hier ist Chlorgas drinnen vielleicht nicht so praktikabel also mal gucken wie viel Schleim ist denn da drinnen? ja Algendestillerie Destillerien verkonvertieren Krankgesetz verursachenden Schleim in Algen für die Sauerstoffproduktion ok jetzt ist doch kein Strom mehr da müssen wir mit dem Strom noch weiter arbeiten ist die Stromzufuhr dann jetzt hier? irgendwas ist da schon passiert machen wir das hier zu wieder fließt der Strom da? äh Strom war hier sieht doch erstmal gut eigentlich aus ne? bis dahin der 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 das liegt da alles dran wo ist die Algengeschichte? da das hängt hier dran der Strang ok und hier unten der Strang ist schon wieder überlastet oder was? nö der sollte doch eigentlich hier funktionieren ne? was ist jetzt hier? war da keine Leistung? was zeigte da an? verfügbare Energie ok aber die verfügbare Energie kam doch von unten oder? muss man da dickere Kabel machen jetzt? geht auch gar nicht das müssen wir nochmal genau planen ne? würde ich sagen oh wir sind schon in 20 Minuten dann würde ich sagen machen wir den ersten Cut ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keine Wob macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an kriegt ihr mit wie das nächste Video hochladet gerne Kommentare schreibt und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao